Man würde mich einfach mal interessieren, was so die Deutschen in ihren, beziehungsweise die Zuschauer hier, die bei YouTube immer gerne ein bisschen rumgucken, was die so zu Hause an Tieren haben. So, dann machen wir mal so, zack. Ja, da kommt jetzt gleich noch was anderes dazwischen, da haben wir die Felder theoretisch fertig mit dem Zaun da hinten, der kommt halt noch, aber heute nicht. Morgen auch nicht, aber gerade ebenso passend hier mit dem Stein. Ich überlege jetzt, wie wir das am besten machen. Wir machen auf jeden Fall die Wiese hier, diese Wiese machen wir hier so vorne hin und hinten so ein Feld, dunkle Wiese. Mit so einem Weg, der da hingeht, dunkle Wiese kommt dann da hinten hin, haben wir überhaupt dunkle Wiese dabei? Jawohl, haben wir. Kommt die dunkle Wiese mal da hin, dann kommt mal die da hin und... Puh, helle Wiese. Ich wüsste nicht, wo wir die helle Wiese gebrauchen können. Die können wir vielleicht für die Tiere nehmen, wenn wir die, die, äh, wenn wir bald Tiere, irgendwann mal Tiere haben. Dann können wir die da drauf packen. Ich guck mal ganz kurz, wie das reicht. Mein Gott. So. Machen wir hier so ein paar Clickies hier, ne. Ich weiß, das stört mit der Maus so ein bisschen, wenn man die immer so klicken hört. Aber, äh, irgendwann gibt's mal eine neue, die klickt dann nicht mehr, oder jedenfalls nicht mehr so laut. Ich hatte mich bewusst für eine früher entschieden, damit ich weiß, wenn ich die Maus betätigt habe, dass man das hört, ne. Nicht, dass ich plötzlich drauf klicke und, äh, es nicht bemerkt habe und dann plötzlich, äh, passiert irgendwas, was ich gar nicht wollte. Äh, so, wir haben noch 23 Blöcke übrig. Hier möchte ich sowas, ähm, so eine Kante reinbauen. Ähm, so, so ungefähr. Ah, noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr. So, 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 so. So wird die Kante aussehen, dann kann ich hier nämlich so den Wegchen machen, damit dann so zwei Blöcke lang, so, 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 so. Das, oh, das ist ein bisschen viel, glaube ich, ein bisschen da dran. Oder ich mach den direkt an den Zaun, das kann ich machen. Weil hier kommt der Zaun später hin. Haben wir halt hier Weg, hier setze ich halt noch welche dran. So, dann ist er aber breit genug, weil hier kommt ja noch Wiese hin. Und dann machen wir das mal eben so, so, so. Und da vorne kommt dann halt diese Wiese hin. Setze ich mal jetzt einfach mal schon mal grob hier hin. So, so, so. Na, das sieht das Ganze dann so aus. Das wird dann auch so fertiggestellt. Ohpala, das sollte nicht passieren. Das kommt wieder da runter. Aber so ungefähr sieht das Ganze aus. Wir sollten mal langsam schlafen gehen. So, und so. Wow, 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 was war das? So, so ungefähr wird das dann aussehen. Hier so eine kleine Tollwiese. Hier hinten kann man vielleicht noch irgendwas anderes hinpacken. Vielleicht setzen wir den Weg später ein bisschen runter. Also hier so ungefähr hin, sodass hier dann halt so die Kurve sein wird. Schauen wir alles mal nach. Aber wir gehen erst mal schlafen. Ja, wir brauchen auch bald erstmal eine Tür, dass wir zu den Bienenhäusern hinten durchkommen. Also dann müssen wir mal nicht über die Zäune springen, sondern machen wir dann, okay, machen wir hier halt die Tür hin. Hier kommt halt eine Tür rein, dass man von da aus dann zu den Bienenhäusern kommt. So, Hund hat wieder aufgefuttert. Da können wir mal eben wieder auffüllen. Es regnet. Das ist für mich, finde ich, gut. Das können wir ernten. Das können wir auch wieder alles ernten. Wie geil. Kurz gucken. Wir brauchen wieder Platz, um zu gucken, dass wir auch wirklich alle mitnehmen. Ich gehe davon aus, die Erdmann sind auch durch. Nehmen wir mal zwei Plätze. So, dann würde ich mal sagen, ernten wir mal das Ganze. Das ist heute wieder ein halben Tag. Und dann fange ich langsam mal an. Weil ich habe jetzt nicht ganz so viel Lust, hier tausende Fäller zu machen, sondern ich möchte langsam mal auf Tiere gehen. Die vielleicht den Winter ein bisschen überleben. Man weiß es ja nicht. Für den Trog haben wir ja schon die Bauteile bekommen. Den können wir ja schon bauen. Die Sachen haben wir im Inventar drin. Glaube ich zumindest. Genau, die Nägel haben wir ja nicht angeholt. Bindigen Lack brauchte ich ja nicht. Heu haben wir auch noch. Und dass wir dann anfangen, das mit den Tieren zu bauen. Zeige ich gleich auch mal, wo ich das hinhaben möchte. Wenn ich gleich hier durch bin. Ich würde sagen, dass wir vielleicht aber die Gruppe mal behalten. Dass wir uns die beiseite legen. Eventuell können wir was aus den Gurken noch machen. Oder halt im Winter, Herbst verkaufen. Dann können sie vielleicht ein bisschen mehr Geld wert sein. Ich glaube im Winter wird es schon ganz gut. So, wie viele haben wir? 102. Dann müssen wir jetzt hier gleich zum Ende kommen. 108. Sehr schön. Dann kommen die Erdbeeren gleich hinterher. Das sind ja irgendwie 46, ne? La, 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 la. Ach, ein schönes, ruhiges Spiel. Nicht ganz so viel Action. Noch nicht. Außer kurz vor Mitternacht. Scheiße, ich habe die Pflanze noch nicht gegossen. Dann ist Action. Dann ist richtig Action. So. Die Sachen behalten wir uns mal. Die können wir jetzt ja in die Köche legen, in den Schrank rein. Auch den goldenen Maiskolben. Da kommen wir hier mal die Gurken rein. Und hier mal die Erdbeeren. Und die goldene Maiskolben. Äh, die goldene Gurke. Stimmt, das war ja kein Maiskolben. Das war ja eine Gurke. Ähm, das kommt mal da rein. Haben wir noch irgendwas zu essen gerade dabei? Hm. Hm. Nö. Gut. Äh, ich fülle gleich erstmal das hier auf. Das machen wir erstmal ein bisschen fertig. Vielleicht ein paar Wege müssen wir uns dann noch holen. Und dieses Gebiet, das möchte ich fertig machen. Ab hier kommt ein Zaun. Den ziehen wir einmal hier durch. Also Bäume kommen weg. Ähm, wird ein Gebiet für die Tiere entstehen. Ich möchte das Ganze hier auch auffüllen. Weißt du, das ist eine Menge Arbeit, eine Menge Holz. Beziehungsweise eher eine Menge Erde. Ähm, dass man dann von hier irgendwie... Oh, da muss ich mal gucken. Hm. Ich frage mich, ob wir die Felder von der Größe her immer so gleich behalten können. Also die Größe, die wir da haben, kommt dann halt hier neben. Und daneben, wie viel Platz wir dann noch haben. Vielleicht machen wir ein Feld hier in die Kante. Ein Feld halt hier neben. Obwohl, warte mal, wie sieht es hier mit dem Weg aus? Dann müssen wir nicht ganz so viel auffüllen. Das ist, glaube ich, besser. Genau. Ähm. Hier machen wir einen Weg hin. Der führt dann hier rein. Dann können wir hier einen Zaun rumspannen. Den müssen wir erstmal hier nicht auffüllen. Und können dann hier unsere Tiere halt hinhauen. Ähm. Vielleicht kriegen wir auch mehrere Stellen hin. Ich weiß ja nicht, wie das hier mit... Ähm, mit dem Platz ist für die Tiere. Und, äh, machen daneben dann die zwei Felder. Äh, das muss ich gleich aber mal erstmal ausmessen, dass wir ungefähr wissen, wie groß die Felder sind. Aber vorher wird erstmal hier Fett aufgefüllt. Ich muss nur gerade ganz kurz gucken. So. Einmal hier dran vorbei. Eins, zwei, drei. Genau, das wäre der. Dann können wir hier so Zickzack-Modus fortfahren. Hier haben wir jetzt noch zwei Felder übrig. Also können wir hier erstmal geradeaus runterbauen. Und hier alles zubauen. Ich weiß gar nicht, verändert sich das, wenn man hier auf die Steine irgendwas packt? Farblich? Nö, ne? Nö. Weil sind wir hier irgendwie in einem anderen... Tutorial-Gebiet... Äh, Tutorial-Gebiet? Territorium, so. In einem anderen Gebiet irgendwie drin. So, sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. So verkehrt finde ich das jetzt gar nicht. Gut, das mit der Pflanze sieht jetzt halt ein bisschen komisch aus, aber, ähm, erstens gewöhnt man sich dran und zweitens, äh, scheiß doch, egal. So, ist doch absolut Wurst. Das könnte sogar gerade vom, vom Dingens her reichen. Oh, warte mal, wir sind ein zu weit. Wir sind ein, wir sind ein zu weit, genau. Hier kommt ja noch, ähm, das Dingens hin, der Spezialstein. So, so, so. Und jetzt passt es. Oh, jetzt lungert der schon wieder. Nein. Nein, hau ab. Hau ab. Du bist ja ganz... Fuck. Du bist ja ganz lieb und nett, aber du störst einfach Fett beim Bauen, Alter. Aber so extrem. Und das jedes Mal. Jedes Mal. Ich gucke gerade, Alter, wir haben schon wieder so viele Aufnahmen, was? Das ist echt, als ob ich Minecraft spiele. Wenn ich Minecraft spiele, dann vergeht die Zeit einfach so, so, äh, ich starte theoretisch das Spiel und direkt haben wir das schon im nächsten Morgen. So ungefähr kommt mir das immer vor. Und so ungefähr ist es auch hier, in dem Falle. Das wollte ich wieder vermeiden. Das wollte ich wieder vermeiden. Hm? Das wollte ich... Ach, Alter. Das weg, das weg, das weg. Ich weiß gar nicht, wie... Äh, ob sich danach die Erde... Äh, ob das dann zur Erde wird, wenn man das länger da lässt. Oder nicht? Ja, du bist jetzt eingesperrt. Weißt du das? Du sau blöder Hund, ey. Ja. Alter, das ist doch hier wieder, ey. Mein Gott. Komm. Ja, komm. Alter. Alter, willst du mich verarschen, dass du jetzt da nicht rauskommst, oder was? Ist das dein Ernst? Ist das dein fucking Ernst? Komm. Raus da. Komm. Nur Probleme mit dem Köter, Alter. Nur Probleme. Ja, komm. Hopp. Alter, raus mit dir. Ich komm da gar nicht rein, Alter, ich bin zu fett dazu, Alter. Äh, wieso... So. Raus da. Raus. Ja, komm. Spring, Alter. Du musst springen. 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 Wird so blöd, diese scheiß Pfeife zu benutzen, ne? Das... Das gibt... Das glaubt mir keine Sau. Alter, mir irgendwie was zu drunter bauen, oder sowas, dass der da mal rauskommt. Komm da raus, Alter. Ich bin zu blöd, den Hund da rauszukriegen, Alter. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wie man das schnell hinbekommt. Du sollst da raus, Mann. Du sollst dich da raus verpissen. Dankeschön. Danke. Meine Güte, Alter. Meine Güte, Alter. Wäre ja, wenn du da wieder reinspringst. Ich sag dir das. Dann gibt's heute Abend Hundefleisch. Zum Abendessen. Aber sowas von direkt. So. Jetzt brauchen wir Stein. 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 Warte, wir können ja erstmal hier den Stein abbauen. So. Und einmal kaputt. Das sieht doch gut aus. Wow. Das sieht doch nicht gut aus. Viel zu wenig. Viel zu wenig Stein. Aber sind es da irgendwo Stein hier rum? Nö, haben wir nicht. War natürlich klar, dass wir nicht so viel Stein hier haben. Obwohl, hier ist noch... Ah, hier ist noch ein gut Stein. Ähm, gut. Haben wir halt da ein paar Steine. Das nehmen wir mal mit. Das nehmen wir auch mal mit. Gibt's eigentlich wie jeden Stein Ruhestand? Weil es wirkt so irgendwie so wenig. Weil sich so einsammeln. Hm. Wie viel, wie viel habe ich jetzt? 23. Ja gut, das... Dürfte das reichen? Ja. Das kriegen wir schon hin. Was haben wir eigentlich für ein Werkzeug nochmal hier drin? Schnitzen. War das Schnitzen? Ja, was muss montieren, wo? Genau. Das war ja montieren. Ja, dann wollen wir mal was montieren gehen, nicht? Schauen wir mal nach. Können wir gleich mal nach Rezepten gucken, was es so Neues gibt. Ah, ich wollte doch noch unbedingt nachgucken, wem nochmal der blaue Voxelball gehört. So, das machen wir da hin. Und dann kommt mal... Äh, Sand war doch hier. Sand doch. Sand, 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 Sand. Interagieren, interagieren, interagieren. Komm, nochmal. H40, ja gut. Ist jetzt nicht die Menge, aber besser als gar nichts. Ähm, brauchen wir mal. Wir brauchen mal, brauchen mal, brauchen mal. Wir brauchen noch eine Tür. Ich überlege gerade. Ähm, ich mag die Tavernentüren. Gibt's einfach nochmal. Die gibt's auf jeden Fall nochmal. Wie sind die Zäune? Sind die günstiger geworden? Nein, sind immer noch so hoch. Ich möchte endlich die, die, die Zäune selber bauen. Kaffee-Tisch, Samen-Tisch. Äh, ne, Samen-Schild. Ach, komm. Irgendwo muss es doch hier irgendwie... Irgendwie so was geben. Ähm, ich will mal eine Fangkiste kommen. Das mach ich mal. Das hol ich mir auch mal. Ich weiß, wir haben euch da viel zu viel Geld ausgegeben. Aber, ähm... Für die Wissenschaft. Machen wir das. Das haben wir da. Dann machen wir das mal ganz kurz. Ich möchte wissen, wie das mit der Fangkiste funktioniert. Ich will mir aber nicht immer eine neue kaufen. Weil, ich würde schon gerne ein paar Tiere mehr holen, als nur einen, ein Tier. Und die kosten 10.000, die Viecher. Also bitte. Und ich gehe mal davon aus, mit einer Fangkiste kann man Tiere fangen. Ne, und das ist halt so die Theorie. Und für 500, also bitte, wenn das dann funktioniert, ist doch gut. Ist schon wieder Nacht, was? Was? Wie geht's denn hier? 4 von 3, äh, 4 von 10, 3 von 10, 3 von 10. Und hier ist... 1 von 10. Ja, das passt. Das ist alles in Ordnung. Alles gut. Was? Ne Eichel. Warte, die Pfeife kann ich hier drauflegen? Alter, das ist ein Riesenpropper, ey. Hoho, was ist... Alter, was ist denn das ne... What? Das ist doch... Das ist doch keine Pfeife mehr. Das ist doch... Was ist... Alter. Ich weiß, wie groß eine kleine Triller-Pfeife ist. Aber, äh... Das ist ein bisschen... Bisschen sehr groß. So, wir machen mal ganz schnell hier die Tür rein. Ja, da fehlt nur der Boden. Das kommt dann auch noch. Ähm... Tür, 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 Tür. Tür, 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 Tür. Tür. Da ist die Tür. Das... Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Dann kann man hier durchgehen, ne? Ist dann auch nochmal kurz bei Imogen. Hallo Imogen. Wie geht's dir? Imogen ist fröhlich. Wir brauchen unbedingt was zu essen für unseren... Ist das ein Schoko? Brownie? Den hole ich mir. Plopp. Kann ich ihn eigentlich irgendwo hinsetzen? Kann ich ihn nur in den Schrank stellen, oder? Und verkaufen wahrscheinlich nur. So. Angelplatz. Das müssen wir auch nochmal mit dem Angelplatz. Was haben wir hier? Goldenen Tomatensamen. Goldenen Maisamen. Joa. Er strahlt nur so verfreundlich. Er hat immer noch was zu essen drin. Achso, ist gut. Alter. Was ist denn hier? Alter. Wir haben bald den Sommer vorbei. Mann. Ich will den Sommer nicht vorbei haben. Da wächst alles so gut. Relativ gesehen schon, ne? Aber im Herbst ist es ja auch nur so, da wächst ja auch nur ein bisschen, ne? Und wir haben ja ein bisschen Geld gerade auf der Reservebank liegen. Zu verkaufen natürlich, ne? Wenn wir das verkaufen, dann haben wir halt wieder ein bisschen Kohle. Aber das kommt alles... Ich möchte das mal im Winter verkaufen. Ich möchte mal wissen, wie die Preise im Winter sind. Dann kann ich das vergleichen. Mit der älteren Aufnahme. Dann kann ich dann gucken, was so mehr gekostet hat. Kann ich mir vielleicht mal... Jetzt hat die Kopfhörer 800. Alter, das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Ich möchte die haben. Die sehen so cool aus. Meins. Ziehe ich gleich mal an. Kopfhörer. Easy. Was wollte ich eigentlich hier machen? Mal gucken, ob es was Neues gibt hier. Es gibt ja immer den gleichen Rotz, ne? Jedes Mal den gleichen Rotz. Ist dir was günstiger geworden bei den Zäunen? Nö. Stimmt, ich wollte ja hier von den... vom groben Stein wegen ein paar kaufen. Das Geld geht doch einfach runter. Das geht einfach runter. So, ich hole mal eben bis auf... So. Auf den Preis runter. Holen wir uns einfach mal. Weiß ich irgendwas, was ich gerade verkaufen kann? Ja, haben wir, ne? Genau, die Eicheln. Sind wir wieder so über 4000. Da möchte ich eigentlich auch bleiben. So über 4000. Eigentlich wollte ich über 7000 bleiben, aber das hat schon nicht funktioniert. Also, äh, ja. Gut, wir bleiben auf jeden Fall bei Rotem Dach. Fällt mir gerade... Ist mir gerade so aufgefallen. Bleiben wir bei. Bauen wir so. Äh, ich gucke nur halt, wie ich das Ganze noch baue. Ähm. Hier fehlt noch was. Dann machen wir das ganz schnell mal eben fertig. So, 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 so. So, einmal rüber. Tack, tack. Tack, tack. Das war wieder ein Fang. Ein klassischer Feld bei mir. Äh, machen wir, machen wir, machen wir, machen wir. Ach ja, wir haben den Hammer ja weggepackt. So, dann können wir mal eben hier den Weg weiterbauen. Dass wir hier schon mal unten bis hierhin schon mal alles durch haben. Ja, da werden noch richtig viele Steine draufgehen für den Weg. Das wird richtig Steine fressen. Aber zum Glück haben wir ja dafür das Rezept. Das müssen wir ja nicht kaufen. Dementsprechend, äh, alles gut. Ich frage mich, wenn wir die Craft, wie viel wir dafür kriegen. Für so einen Stein. Fände ich jetzt mal sehr interessant. Oh, wir haben gar keine mehr. Fände ich mal so ein bisschen interessant zu wissen. Naja. Äh, den Weg werden wir auch noch weiterführen. Also den hier, ne, der führt sich ja, wird halt hier noch weitergeführt. Einmal bis hinten hin. Bis zum letzten Feld. Und, äh, gucken. Müssen jetzt gleich mal abzählen, wie weit wir hier, ähm, Platz haben für die zwei Felder. Und das, was wir noch vorhaben zu bauen. Irgendwie muss dieser Blumenhaufen da gleich mal weg. Der nervt irgendwie. Der sieht irgendwie doof aus. Ich weiß auch nicht. Der sieht irgendwie scheiße aus. Ich weiß, kann, keine Ahnung. Ähm, b-b-b-b-b. Machen wir mal. So. So. Jetzt kommt er wieder, Alter. Jetzt kommt er wieder und chillt sich erstmal wieder hier runter. Weißt du? Jetzt haben wir wieder gleich die Kacke am Dampfen, weil der wieder hier nicht rauskommt. Der... Boah, der Arsch. Mein Gott, ich will den Block haben, ich will dich nicht streicheln, Mann. Ist mir in der letzten Zeit viel zu sehr auf den Sack dafür. So. So, das nehmen wir mal eben mit. Das nehmen wir eben mit. Das nehmen wir auch mal eben mit. So. Er ist immer noch da unten drin. Alter, ich gehe kaputt. Hat der einfach keine Lust, da rauszukommen? Oder was ist bei dem kaputt? Ja, du wirst jetzt da rauskommen müssen. Ich baue dich jetzt ein. So. Machen wir das weg. Wir haben... Boah, glücklicherweise haben wir noch Erde für ihn. So. Springen. Springen musst du. Dankeschön. Und jetzt ist er wieder da, Alter. Jetzt ist er wieder... Ach, Mann. Kann er nicht einfach mal kurz wegbleiben, wenn ich baue? Später, wenn wir so einigermaßen durch sind... Alter, wie das aussieht. Hier hell, hier dunkel. Wenn wir einigermaßen durch sind so mit dem Bauen, ne? Mit dem Feld hier, mit dem Feld hier. Ne? Mit den zwei Feldern, die dann halt da hinten hinkommen. Dann kann er von mir aus auch ankommen, wie er will, ne? Das ist mir sowas von egal. Das kannst du dir nicht vorstellen. So. Jetzt schauen wir uns aber erstmal, wie groß die Felder sind. So, wir haben... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Felder. Ist nicht richtig gezählt? Zählen wir mal nach. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Gut, elf. Ich habe hier den Rand nicht mit gezählt. Elf Felder fällt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, neun, zehn, elf. So, fällt. Beziehungsweise hier ist Rand, genau. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Ich zähle am besten mal nach. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Passt. Gut. Dann haben wir hier weg. Dann... Oh, was war das? Dann können wir die Ecke auch mal komplett weg machen und uns hier auch mal eben... Wiese hinklatschen. Ähm... Ja. Wiese hinklatschen. Dann müssen wir doch ein bisschen auffüllen. Oh, nicht viel. Das bisschen hier, das kriegen wir irgendwie schon hin. Dann... Der Baum sieht interessant aus. Mit den zwei Blättern. Das sieht echt interessant aus. Nice. Aber vorher, äh, gießen wir mal ganz schnell die Pflanzen. Aber erstmal möchte ich dabei Musik hören. So. Ja, Mann. Viel besser. So, dann gießen wir mal die Pflänzchen wieder. So. Wir haben ja schon wieder fast Abend. Wäre ja blöd, wenn jetzt die Pflanzen nicht gegossen werden, ne? Ich hab grad was überlegt, aber... Hm. Naja, ist gut. So. Hier... Da haben wir gerade gegossen. Jetzt müssen wir hier entlang. Immer so alle zwei Felder. Und die letzte Reihe. Sehr schön. Zu viele Felder wollte ich eigentlich auch nicht machen, weil da muss das Ganze ja irgendwie gegossen werden. Dementsprechend werde ich halt mal das Feld, mal das Feld benutzen. Äh, so wie es gerade passt. Ich hoffe, dass die jetzt nochmal einen abwerfen. Aber ich glaube nicht. Und dann ist das hier draufholt. Und dann ist das hier draufholt. Aber dann ist das hier draufholt. Dann ist das hier draufholt. Ok. Bis zum nächsten Mal.